Herzlich Willkommen zum Matt-Rätsel vom 29. September 2021. Schwarz ist dran und setzt den 2-Zügen-Matt. Die Schwierigkeit hier ist, das Ganze von Beginn an zu berechnen und zu visualisieren im Kopf und nicht nur einfach Züge machen und das Matt zu finden. Denn es ist wichtig, sich das vorzustellen, vorstellen zu können. Und das trainiert man hier. Das Matt entsteht hier nach Dame E1 Schach. König hat nur ein Feld, König G2. Und jetzt kommt dieser kleine Bauernzug hier H3 Schach am Rand. Die Dame deckt die Fluchtfelder und es ist Schachmatt. Ich hoffe, ihr habt das alle gefunden und bis morgen.